Die polnische Regierung hat jetzt endgültig genug. Sie droht im Streit um die Wiederwahl des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk mit der Blockade des ganzen Gipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs. Trotz des Widerstands aus den eigenen Reihen kann Tusk aber mit einer Mehrheit rechnen. Und auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich für eine zweite Amtszeit, die bis Ende 2019 dauern würde, aus. Am Donnerstag äußert sich Polens Außenminister Witold Wasch-Zykowski dazu. Er betont, dass das Land die anderen EU-Staaten informieren wird und somit der ganze Gipfel gefährdet sei. Die rechtsnationale Regierung in der Hauptstadt lehnt eine weitere Amtszeit für Donald Tusk explizit ab, da dieser der polnischen Oppositionspartei angehört. Als Gegenkandidaten stellen sie den Europaabgeordneten Jacek Sarusz-Wolski auf. Dieser ist für das Land der offizielle Anwärter für das Amt. Jedoch werden ihm keine großen Chancen dafür eingeräumt.